Hallo, ich bin Pola. Ich mache das Videotagebuch zur Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Jetzt ist Anfang März und es sind noch 95 Tage bis zur Volksabstimmung. Darf ich euch das Kampagnen-Team vorstellen? Das ist Selma, Meret, Silvan, Hannes, Amelie, Manuel, Ralf, Tobias, Dani, Benni, Irina, Enno, Marilola, Daniel, Efraim, Börries und wieder Selma. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Lausanne. Dort werden wir jetzt die ersten Plakatentwürfe anschauen. Jetzt sind wir bei dem renommierten Grafiker Demian Konrad im Designstudio in Lausanne. Basic Incom hat keine Image. Und das ist die erste Basic Incom Image in der Geschichte. Wenn ihr wollt, die Aufmerksamkeit auf der Straße auf der Straße, die Seite hat eine super-powerful visuale Ebene. Ich habe eine gute Idee, dass das ein Zippdruck ist. Ja. Das wäre ein Zippdruck. Ja. Aber wir müssen es schildern. Jetzt ist es nur eine Fotografie. Wir sollten es dann schön benutzen. Ja. Ja. Ein goldiger Punkt. Vielleicht ist sie auch ein goldiger Punkt und es steht ja, wo ist sie. Ja. Und Pola und ich haben schon auch in der Stadt, wir gehen durch die Stadt und stellen uns vor, überall etwas goldiger Punkte. Überall auf der Stadt, das waren goldiger Punkte. Ja. Und was denkst du jetzt? Hä? Ich denke jetzt gut. Ja. Was? Es war gut. Das ist ein hochkarätiger Mann. Und was wir jetzt gemacht haben, war sehr anspruchsvoll. Und jetzt ist ja die Entscheidung bei dir am Morgen. Oder vielleicht am Wochenende. Und ich denke, das ist richtig gut. Ich habe selten mit so jemandem Kompetenten. Und jetzt konnten wir nicht mal die gleiche Sprache. Aber es war hochkompetent und es war amazing. Oder wie sagt man? Komm, wir sind auf dem Zug. Aber das andere ist eben auch mega toll. Ein Fünferli. Einfach ein Fünferli ganz groß. So groß auf dem Weltkampf. Auf dem Weltkommandverklang. Also das war jetzt die erste Folge. Ich bin ein bisschen müde von dem Tag. Aber es war sehr erfüllend. like. Untertitelung des ZDF, 2020